Jetzt das DKB-Tor des Monats wählen und gewinnen. DKB, die Hausbank im Internet. Vier Amateure sind im April an den Start gegangen. Einer hat das Rennen beim DKB-Tor des Monats gemacht. Marvin Hoff und sein Camper nach einem Pass über das komplette Feld haben euch am meisten begeistert. Damit ist Tor 2 aus der Saarland-Liga das DKB-Tor des Monats, April.